Hallo und willkommen zur zweiten Folge von ZUr Tycoon zusammen mit Gaming Ghost. Hallo Gaming Ghost! Hallo Ivo! Und zwar bin ich, sage ich so schnell und rede so schnell, weil ich gleich weiter bauen will. Weil in der letzten Folge haben wir ja angefangen, ist auch in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. Ich habe mir gerade einen Pommes-Stand gekauft. Da haben wir angefangen hier einen Zoo zu bauen. Das macht riesen Spaß, muss ich sagen. Ja und wir machen es jetzt hier weiter. Okay, Lagerfeuer kaufe ich mir jetzt schon. Und noch so ein Camping. Leute können hier übernachten auch. Hast du schon einen Wald und einen Campingplatz? Ja, ich habe jetzt zum dritten Mal meinen Zoo erweitert, den Weg. Und jetzt geht es nochmal weiter. Also der wird riesig. Wasser, Bäume. Was wird denn das jetzt hier? Ich habe hier nochmal einen Staffwagen. Mal gucken, wer jetzt kommt. Ein Reiniger, nochmal Gehäuse. Und einen Security kannst du gleich auch kaufen. Einen Security habe ich auch, ja. Also, ich habe jetzt Biber gleich. Ach komm, da freue ich mich. Das ist schön. Dam und Biber gekauft. So, ich muss noch ganz schnell mal zu den... Ja, die Biber sind da. Der Biber ist da. Pferden schauen, die müssen was essen. Ja, Biber ist da, okay. Ich habe ihm Essen gegeben direkt. Lattea... Das Pferd mag noch was essen. Ich kaufe jetzt einen Waffelstand, als ob, oder? Waffle House? Ja. Warte. So, der Forest. Dann gehe ich da mal rein. Ja, ich habe einen Waffelstand gekauft. So ein Waffelhaus. Jetzt können Leute bei mir Waffeln kaufen. Richtig geil. Zum Beispiel, wenn die jetzt mal Hunger haben, aber eher was Süßes wollen, können die sich hier so eine Waffel holen. Das ist doch gut. So ein paar Waffeln. So, und ich gehe jetzt nochmal schauen, was es gibt. Okay. Gelände gekauft, Räume. Oh, ein Babypferd. Ein Babypferd ist da, okay. Ein Blitzeteich und so weiter. Das hast du ja alles schon wahrscheinlich. Du musst auch immer wieder... Also ums Putzen kümmere ich mich im Moment nicht mehr, sondern eher ums Bauen, weil ich habe ja Reinigungskräfte und darum, die Tiere zu füttern, weil da habe ich keinen. Ich habe noch keinen Tierpfleger und du auch nicht. Nee. Tierpfleger kommen noch. Das kann sein, es kommt einmal alles nacheinander. So, den Schweinen geht es nicht so gut. Die brauchen wieder Essen. Man muss mehr oder weniger einfach machen, was gerade aufpuckt. Und man muss immer gucken, wo die Tiere jetzt Hunger haben. Genau. Ich möchte mich mal kurz zu den... Ähm... Ich habe ja den... Also ich bräuchte mal einen Tierpfleger. Gänseausstellung. Ja. Gänse brauchen Essen. Okay. Die haben noch gerade was gekriegt, die Kühe. Warum wollt ihr schon wieder was essen? Ja, weil das... Weil die dauernd Babys kriegen. Ja, das ist wahrscheinlich. Das werden auch immer mehr hier. Okay, Biber. Jetzt bin ich mal wieder bei den Bibern. So. Und kann hier ein bisschen weiter bauen. Oh nein, schon ein Deer. Ein Baby Deer. Oh nein, Baby Hirsch. Ach, zum Glück ist es direkt hier. Ja, Baby Hirsch. Okay. Hallo, ihr braucht noch kein Essen? Ist okay für mich. Ich muss eh bei den anderen Tieren mal gucken, ob die was brauchen. Ich glaube, ich muss mal so zwischen den Folgen... Dauernd eng was zu essen. ...mal heimlich weiterbauen. Ja, Hirsch. ...mal wieder... Wir brauchen auch wieder was zu essen. ...zum Stand herstellen kann. So, noch ist nix mehr jetzt hier. Okay. Ich kaufe mir jetzt schon das nächste. Nämlich das nächste Gehege. Das ist direkt hinter den Waffeln. Das Gute ist... Guck. Da sagt man... Oh, guck. Wir gehen dahinter. Und dann sagen die Kinder irgendwie... Oh, guck mal, Mama. Darf ich jetzt bitte ein paar Waffeln haben? Hier ist ein Waffelhaus. Und dann kaufen die es. Das ist das... So wird es also bei uns dann im Zoo verkauft. Wildschweine. Als ob. Wie cool. Und Wildschwein gekauft. Jetzt habe ich auch schon Wildschweine in meinem Zoo. Hast du schon Wildschweine? Neckenteich? Ne, ich bin jetzt gerade dabei. Ey, das hört sich wie Wölfe. Das sind wahrscheinlich die Wölfe, ja. Das müssten die Wölfe sein. Ja. Da ist der Wolf. Oh, das ist richtig krass schon mein Zoo jetzt. Mystical Wolf. Ach so, da braucht man Geld. Mein... Ja, jetzt habe ich einen Honigstamm von den Bienen, die es im Zoo gibt. Von den kleinen Bienen, die Wolf. Ja. Es gibt bestimmt gleich Bienen im Zoo. Weil jetzt habe ich... Oh, irgendein Podium. Ja, ja. Jetzt wird hier auch Honig verkauft. Immer im Zoo. Mhm. Okay. Wieder ein paar Bäume. Jetzt sind alle wieder einigermaßen... Okay. Gut drauf. Jetzt gehe ich mal zum Hirsch hinterher. Dann bin ich nämlich schon da, wo ich hin wollte. Echt? Mhm. Ja, ich habe das nächste Gehege. Das ist aber ein richtig krasses. Was kommt denn hier? Das ist so eine Art Höhle und zwei, ähm... Zwei Gebiete. Also einmal hier, dann geht es durch einen Tunnel und dann hinten so eine Grube. Und die geht einmal durch einen Tunnel durch. Ja, mhm. Und dann auf der anderen Seite wieder mehr. Was ist denn das jetzt hier? Da muss ich ein bisschen bauen, wenn ich aber auch mal Geld hätte. Oh, Kanini has... Äh, was heißt Passed Away? Passed Away ist gestorben. Oh, das eine Kaninchen von mir ist gestorben. Weil das war zu alt. Das war 99 Jahre alt. Ja, 99 Jahre bestimmt nicht. Doch. In dem Spiel ist es halt so. Ja, ja. Aber die meinen, die meinen, entweder meinen sie Monate oder Wochen oder sowas. Weil das nervt vielleicht Monate. Na, 99 Monate. Das ist, ähm... Ja, das könnte höchstens so alt sein. Das ist... Die werden ja nicht so alt, die Kaninchen. Stimmt. Ja. So, ich fütter hier nochmal. Aber Jahre auf keinen Fall. Was? Jahre auf keinen Fall. Nein. Das wären die, die absoluten, die absoluten, äh, Methusalen-Tiere. Was ist denn das hier für ein Ding? Das ist ein Pilz? Ich... Pilzkäfig. Aber was soll das sein? Wiederbeleben. Baby. Wiederbeleben oder begraben? Nee, wiederbeleben kostet Robux. Und begraben... Und das kann man jedes nur einmal. Echt, du hast es begraben? Ich hab's begraben. Ich hab nicht auf begraben gedrückt. Oh nein, ich hab's vergessen zu drücken. Ja. Teleportieren. Da ist ein Pferd. Ey, mich in... Ich erinnere mich grad wieder hier dran. Hier gibt's ja so einen Hubschrauber. Ich überlege, ob ich mir den kaufen soll. So einen Goldhubschrauber. Der tolle Hubschrauber. Soll ich mir den kaufen? Wenn du möchtest, kauf ihn dir. Ja, ich würd's mal machen, Leute. Und kannst du mir vielleicht erklären, was hier noch fehlt. Leute, oder dich mal mitnimm. Leute, ich würd's sagen, das mach ich. Aber das, dafür gern ein Abo und ein Like da. Okay. Sind ja 2 Euro eigentlich. Auch ungerechnet. Oh, begraben. Mein Schwein ist gestorben. Echt? Die sterben jetzt alle bei dir, die Tiere. Ja, natürlich. Die sind sehr alt. Kriegen die nicht zu fressen? Ich hab gekauft. Ich hab gekauft. Ich hab den Hubschrauber gekauft. So, jetzt geh ich mal zu der Staffbude und schau mal, ob ich nicht doch noch irgendwie Mitarbeiter kriege, die sich mal ein bisschen was machen. Ähm, Baby Bieber ist jetzt gekommen. Hä? Was ist jetzt? Nein, die machen nichts. Ja, jetzt. Okay. Was ist denn das hier? Ich hab den gespawnt. Kann ich jetzt einsteigen? Ich bin drin. Rimmste Kiefer. Ja, ab. Und F-Damm. Ich bin im Helikopter. Ui. Ich flieg los. Da bin ich ja mal gespannt. Ey, das ist ja geil. Das hattest du schon, Lagerfeuer und so weiter. Ich bin im Helikopter. Der ist nicht so schnell, aber er ist cool. Flieg nur eine Weile rum, dann kann ich hier ein bisschen weiter. Ja, ich glaub nur einer kann noch mit rein. Also du. Ja. Nur noch. Es können nur zwei, glaube ich. Also da hattest du die Biber wahrscheinlich dann. Siehst du schon den Helikopter am Zoo-Eingang? Ich guck grad mal. Sehe ich dann Helikopter fliegen? Ne, bisher nicht. Oh, mein Schwein ist tot. Sieht mega cool aus von innen. Naja, so ist das, ne? Okay. Das ist richtig geil, Leute. Also es ist wirklich geil. Siehst du jetzt... Geh mal zu deinem Zoo-Eingang. Dann siehst du... Ein Babyhirsch. Dann siehst du da was. Bestimmt. Ich muss nur ganz kurz mal nach den Tieren schauen. Und ein paar Tiere verhungern gleich, aber... Da, die Pferde. Die Pferde verhungern. Ich muss da erst zu den Pferden. Geh mal zum... Geh mal zum... Eingang meine Kuh ist gestorben. Ich hab sie begraben. Ja. Und... Da bin ich. Ne, bleib mal da, wo du bist. Guten Tag. Siehst du mich? Hier landet ein Helikopter. Siehst du ihn schon? Siehst du ihn schon? Hier ist ein Helikopter gelandet. Hallo. Komm rein. Hi. Geht das? Kann ich da rein? Spring mal dran hoch oder so. Nee, da ist auch nichts mit... Da ist auch nichts mit E oder so. Mit... Mit Einstein. Ah, weil ich nicht gelandet bin. Warte, jetzt steig mal ein. Geht nicht. Ah, warte. Interagieren ist nicht. Hm-mm. Hint? Bist du... Du bist im Helikopter. Stopp. Ich bin drin. Und jetzt kommst du nicht mehr rein. Jetzt kommst du nicht mehr rein. Ey, nein. Ah. Den hab ich mir gekauft. Hallo. Ich hab hier Robux ausgegeben. Wie kann ich denn landen? Einfach rausspringen. Okay. Weil ich hab mir den für Robux gekauft. Das ist nicht deiner. Nein, natürlich nicht. Um Gottes Willen. Das möchte ich natürlich nicht machen. Also. Komm rein. Probier nochmal. Ja, willst du nicht mal zu mir kommen und mir mal sagen, wo es hier weitergeht? Nee. Wie krieg ich denn da hinten? Ich flieg heim. Okay. Also tschüss. Nimm ihn ruhig. Ich hab mich zurückgesetzt. Nee. Lass mal. Ja. Aber das ist echt cool, oder? Das ist echt cool. Ich komm da gar nicht rein in den Helikopter. Wie findest du den Helikopter? Den find ich super. Oh mein... Ja, aber ich komm da nicht rein. Den musst du dir selber wiederholen. Ja, wie viel Geld hast du? Hier ist jemand total maulig. Aber warum? Wie viel Geld hast du? Ich hab 110. Ich hab 119. Ja. Aber ich muss jetzt hier mal weitermachen auch. Mann, ich möchte den... Meine Tiere, meine Tiere. Die haben alle Hunger. Oh, die Hunde... Alle haben Hunger. Die Hunde... Die Hunde sag ich schon. Die Kühe. Hunde gibt's ja gar nicht. Die Kühe. Hä, doch. Hunde gibt's denn im Zug? Ja, aber nicht als Ausstellungstiere. Stimmt. Und durch. So, ich brauch dringend jemanden zum Füttern. Hast du schon jemanden, der füttern kann? Nein. Nein. Tierpfleger, wenn dann, ja. Ja, gibt's die? Aber ich hab keinen. Ja, die gibt's, aber die... Ich hab noch keinen. Die muss man wohl... So, schnell muss ich zu den Schweinen. Mir wird alles verhungern hier, wenn ich nicht schnell bin. Okay, jetzt kann ich aber gleich richtig viel bauen. Und hier noch hin teleportieren. Wo? Ich will denen Essen geben hier. Wo ist denn da der Essensstand? So, jetzt wär's erstmal rum, glaub ich. Ja, erstmal rum mit dem Hunger von den Tieren. Ja, das geht so schnell, dass die wieder Hunger haben. Oh, wieder ein Hase gestanden. Okay, jetzt kaufe ich das Gehege, was so einen Tunnel sogar hat. Ja. Das ist echt krass. Oh, ne Bären, natürlich. Ach, der Bär ist das da mit dem Tunnel. Ja. Stemmenpaar. So, der Wolf braucht dringend was zu fressen. Wo ist denn hier der Fütter-Eimer? Nein, ich muss aus dem Gehege, schnell. Okay, Laterna. Fütter-Apparat. Hier. Füttere Wolfs, steht da. Wolfs? Wolfs, statt Wölfe. Okay. Den Bären. Da ist ein Bär. Der Bär wird gefüttert. Da oben die Statue ist der Bär, ne? Die Bärenstatue habe ich schon, aber den Bären selber nicht. Ich habe den Bären schon. Ja? Längst. Ich habe ihn gerade gekauft. Schon gerade oben, ne? Ich habe hier so eine Schiffsschaukel. Damit fahren Leute. Das ist krass. Das wusste ich noch gar nicht. Habe ich nicht mitbekommen. Ich habe so eine Schiffsschaukel hier. Damit fahren die Leute die ganze Zeit. Das habe ich noch gar nicht mitbekommen, hä? Ich springe mal eben hier durch das Wolfsgehege durch. Kein Problem. Die tun mir nichts. Ich laufe übers Wasser und pflanze Bäume. Oh, ich kaufe jetzt einen Adler. Adlergehege und Adler ist auch da. Jetzt habe ich sogar schon den Adler in meinem Park. Mhm. Krass. Und wird gleich gefüttert. Also das ist echt ein richtig cooles Tycoon-Spiel. Oh, das ist wieder ein 99 altes Tier. Leute, ich würde sagen, das war es schon wieder mit der Folge. Wir haben in der Folge einen Helikopter gekauft. Wir haben in der Folge wieder ein bisschen weiter gebaut. Und in der nächsten bauen wir natürlich wieder weiter. Ja. Und werden wieder tolle Abenteuer erleben. Ich würde sagen, das war es erst mal mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und Lektar. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.